Dattbaumeister, wie schnell fährst du? 46 und ich gebe Vollgas, aber komme ich voran. Guck mal wer da kommt, Achtung! Matze kommt. Der Matze ist schwerer als ich dachte. Der Matze überholt, der kann. Matze will das Rohr verlegen. Matze? Kann mal einer meinen Käse weg essen? Diese splendige Bremse, Bremserei und alles. Das geht mir auf jeden Fall. Entschuldigung. Kann mal einer meinen Käse aufessen, damit mein Anhänger leichter wird? Einsam mit dir. Grenzmalstabbaumeister, danke. Wenn mein Wagger hinten drauf kann, bisschen rausschaufeln. Ich habe sonst auch noch 23 Tonnen Kartoffeln, da können wir eine komplette Mahlzeit draus machen. So langsam. Ja. Mit der Hämmer also auf dem Haufen kippen. Genau, mit dem Bagger einmal umruhen. Ja. Mischwagen. Widi, ich hoffe du bremst jetzt nicht ruckartig, ich muss kurz nach in die Mischung. Statt vor Wasser darf ich dich geholt? Du läckst noch mal so ein bisschen. Das ist normal bei mir. Das kennst du ja schon. Widi, der Mod für den Mischer hast du den noch? Ja. Ja, ich habe meinen irgendwie gelöscht. Äh, gebe ich dir gleich. Schwer ich dir denn hier auf der Fall. Wie viele Mods gibt es eigentlich? Alex, du kannst ruhig ein bisschen auf die Turbo drücken. 2 glaube ich. Ähm, mehr als Vollgas kann ich machen. Ich habe noch keinen Turbo antrieb, die Mod gibt es noch nicht. Glaube ich jedenfalls. Ähm, Leute, bitte erst einen ausreden lassen und dann können die anderen reden. Weil, sonst ist das ein Durcheinander und das mögen die Leute überhaupt nicht, die am Stream sind oder halt auch, ähm, aufzeichnen, ne? Okay, dann würde ich vorschlagen, fahren wir über Landstraße weiter nach Bern und, äh, dann, äh, grobe Endrichtung, äh, Dijon über die Landstraße. Einverstanden? Ich müsste noch in Warschau verbauen. Ja. Das können wir ja dann, äh, in Dijon klären. Ja. Alle fahren so einen riesen Wurm, die fahren nur richtig. Ich konnte nicht anders, weil, äh, ich bin ja mit Dijon so weit nach vorne gefahren. So weit nach vorne? Ja. Geht ja Didi am Arsch. Na, na. Fehler, besser? Was meinst du, ich soll nicht zu viel verraten? Was kommt da nicht hoch, ey? Was ist denn da los? Aber Didi, du musst den LKW nochmal bearbeiten, der hat vorne überall Rupen dran, ne? Ja, ist klar. Wir wüssten ja auch warum. Wir wüssten ja auch warum. Als Hacker. Die Leute, die sich an gestern erinnern können und die da waren. Ja, stimmt ja, Didi fährt ja wieder mit, äh, den Tuning-Elter weg. Darum hab ich ein zweites Profil. Boah, es regnet ja immer noch, ey, kannst du nicht mal aufhören? Ich hab auch echt, ich hab auch zwei Profile, aber irgendwie mach ich meine Skins auch bis auf den Profil. Wenn ich mein Multiplayer-Profil alles habe. Ja, also, ich rate erst den Leuten immer, äh, zwei Profile zu machen, wenn... Ja. Und ein Test-Profil noch. Ja. Komm die da hinten mit? Ich frage Alex, der fährt so langsam. Ja. Alex, kommst du noch mit? Ja, gerade sehe ich keinen, aber... ... gerade geht es ein bisschen bergab, da gehe ich ein bisschen vollgaub. Ja, ein bisschen langsam. Ah, jetzt seh ich wieder jemanden vor mir. Ja, das bin ich. Also ich fahr hier vorne 50. Alex, ist das dein Vollgas? Ich fahr gerade 50. Na, ähm, naja, ich geb Vollgas, aber... Trotzdem komm ich nicht voran, irgendwie. Der K ist doch so schwer. Ja, das ist Gouda bestimmt. Oder M-K-Alar, ach... Ach, der Kleinkarakt ist ja leichter, oder? Ach, und gegenverkehr, Achtung! Er kommt ziemlich um die Kurve geheizt. Ach, don Lucky, ich fahr wieder langsamer jetzt. Ich fahrs auch, du nimmst auch irgendwie beide Spuren ein. Darf ich dich mal überholen? Weil, ja, sonst bleib ich immer stehen und ich hab dann immer die Probleme beim Anfahren. Mehr Abstand halten. Lucky halb wieder was Abstand. Ja, Brummi, das ist aber wirklich nicht so einfach. Wir fahren immer irgendwas zwischen 90 und 30, manchmal auch weniger. Komisch. Ich fahr hier vorne, 50. Ich fahr gemütlich da hinterher. Und wenn ich merke, es wird zu langsam, gehe ich vom Gas oder mach den Motorbremse. Ganz einfach. Ja, eben, ich brach's auch schon mit Retail. Sven, was war das denn? Hä? Was war das denn gerade? Ich wollte den Ram, aber der parkt. Aber jeder macht's ja anders. Ich wollte kuscheln gehen. Ja. Ähm, Sven, ich würde aufpassen, ne? Bei mir schmiert der Admin rum, ne? Bei mir auch immer. Bei mir auch Admin zu. Was spinnt rum? Der Admin sitzt gerade bei dem GB Grappi mit drinne. Warum geht's gerade? Weil der GB Grappi, der hat nämlich 0 MS und bei Lokal ist die bei ihm auch 0,0. Das ist ein Admin. GB Grappi. Der hat irgendwie nichts bei Abstand und so. Also der ist, glaube ich, Leute, das hat doch nichts mit Admin zu tun. Und auch nichts mit HIPP. Danke. Sehr freundlich. Immer wieder super. Fahr doch einfach. Ich überachte den doch gar nicht. Ich fahr einfach weiter. Ja, aber das hat nichts mit Admin zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass er gerade rausgetippt ist. Ja. Wie kommt dann eigentlich hier bei Lokal die 0 zustande? 0,0. Ich stelle mich jetzt erstmal kurz in Drohle an. Das haben wir doch gerade erklärt. Oder wenn du raus tappst. Wenn derjenige rausgetappt ist, dann steht da kein Abstand mehr. Ja, das könnte dann singen. Da ist sie tappt. Ja, das dauert aber immer. Der Gegenverkehr. Juck. Matze, ich häng dir am Heck, ne? Ja, ich fahr hier gerade mit 80 irgendwie durch. Und jetzt sieht man es auch bei Shadow. Genau, genau. Genau, das ist er. Richtig. Ich fahr euch weiter, Roland. Ja, gut, passt ja. Ich wusste nicht genau, ob es passt. Nein, ich bin auf der Gegenfahrbahn. Okay. Ähm, Didi, übernächste Tankstelle einmal anhalten, bitte. Übernächste. Übernächste. Ja, okay. Ja, da muss ich dann schon mal raus. Weil ich habe noch 235 Liter, sprich 735 Kilometer. Ja. Ach, da kommt schon doch noch ein Stück. Ja. Kann man mal sehen, das ist was anderes als Autobahn. Ja. Ja. Ja, aber Brummi, lieber, ne? Lieber gefilmt als zu wenig. Ich habe mich schon oft genug an der Tankstelle rangequillt. Ähm, wie fahrt ihr jetzt weiter? Als geradeaus. Ja gut, weil wir gerade von der Straße von Lyon ganz schön abkommen. Zu Lyon. Ja, wir haben es ja spontan geändert. Wir fahren jetzt über Landstraße Richtung Bern und dann über Landstraße weiter Richtung Dijon. Wir fahren also ein bisschen weiter als ursprünglich geklappt. Weil es noch eine schöne Strecke hier. Ja, ich habe mich hingelegt. Schlaf schön. Gute Nacht. Als ich euch einholen wollte. Gini, wie schnell fährst du? 50 Tempomat. Also Marco, Vorsicht, da kommt jetzt ein Serpentine vielleicht, ne? Schöne Serpentine. Geht da ein Schild ran, 50. Ja, das macht ja nichts. Ich bin auch mit 80 rein. Fahrt ihr über die Autobahn Richtung Gini? Landstraße Richtung Bern. Nein, danach. Landstraße Richtung Dijon. Alles klar. Dann treffe ich euch da auf der Landstraße Richtung Dijon. Was jetzt nebel ist, äh neblig. Neblig? Bei mir nicht. Bei mir nicht. Bei mir schneid's. Immer noch. Bei mir schneid's auch noch. Oh ja, die Strecke ist cool. Ja. Oh, die Admin sind ja wieder fleißig. Ja. Admin JM, aha, alles klar. Ja. 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 Das war ich meine, ja? Nein, nicht schon wieder. Nein! Äh, bei mir dauert's noch. Roland? Ja. Ja, meine Frau ist gleich gekommen. Die hat eh was genommen. Wieso? Kein Thema? Spiel ruhig, oder was? Nee. Steh. Steh. Steht hier um der Ecke und... Wöööööööön. Und. Fährt mit, ja? Haha, ha 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 ha. Halleluina. Hallol. Hallol. Nein! 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 Ich hab' ihn in die Wand gerade gefahren. Achtung, gegenverkehrt. Jupp. Was, 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 was. So, der kommt ziemlich riskant da hoch gefahren, Leute, gell? Ich wir heute fahren lassen. Kann ich auch weiterfahren? Kann er weiterfahren, bitte. Vor der Rachter, aber ja. Raming 1 von 3. Ja. Verwarnung. Drei Verwarnungen manchmal. Manchmal sind sie nicht. Soll ich weiterfahren? Ja. Gut. Also Richtung Bern, ne? Ja. Also irgendwie kommt gerade keiner mehr. Ja, dann halt ich auch mal an. Ja, hinter dir ist ein kleines Loch. Also eine kleine Lücke. Vor Alex, ne? Ähm, fahr du mal da vorne mit so 30 und viel weiter. Okay. Ich schmeiß mich in die Ecke. Was jetzt? Ist Matze der Kommt- Willi, du hast echt den Spruch des Jahrhunderts gewissen. Weiterfahren! Okay. Also Matze, ich fahr jetzt mit 30 weiter, ja? Mit dem kleinen Loch, oder was? Richtig. Genau. Meine Frau steht hier. Vor Matze? Ne? Achtung, Gegenverkehr. Ja, danke. Hey, das ist zwei LKWs. Wer ist denn eigentlich vor, Matze? Man darf ja hier nichts erzählen, das ist auch. Ja, erzähl mal. Und deine Frau steht hinter dir? Die heilt sich ein. Hey, hallo! Kann er denn jetzt mal zu Ende erzählen? Das ist der vierte Ansatz. Ja, ich hab geträumt, Entschuldigung. Gegenverkehr. Ja, ich hab geträumt, Entschuldigung.